Krefeld Krefeld, ein Dorf Irgendwo in Europa Ist voll langweilig, man Lass mal was machen, du Peserbank Ne, wie, was denn? Mario Kart zocken und wir saufen bei Ben Ja, dann ruf mal an, Alde Ja, Peter Oh ja, was denn? Ja, Peter Jo, Ben, ich bin das Uns ist hier ein bisschen arg fad Und wir dachten uns, wir kommen zu dir Und zocken bisschen Mario Kart Und zocken bisschen Bier Und haben bisschen Ben Also dich Jo, da wär ich bei Haben wir aber ein Problem Ich hab kein Bier mehr am Start Ja, aber ist nicht schlimm Ihr macht das jetzt irgendwie Und besorgt ein bisschen Börr Und ohne lass ich euch nicht rein Wo soll man denn Wo soll man denn jetzt ein Bier auftreiben? Wo soll man denn jetzt bloß an einem Sonntag Bier herbekommen? Na von der Tankstelle, die hat doch immer auf! Oh ja! Oh ja! Aber ich bin völlig blank Hast du noch Kode? Hast du noch Kode? Auf meinem Konto müsste ich noch ein paar Euronen haben Ich muss nur noch meine EC-Karte suchen Wo ist die denn? Ich habe sie nämlich versteckt Ich glaube, ich hab sie im Schnitt versteckt Irgendwo hier in der Wohnung Ich hab schon falsch, falsch nachgesprochen Er, verloren Verloren! Was ist eigentlich ein Snit? Snits gibt's zum Beispiel in der Wohnung Überall da, wo man keine Ecke Auf der Couch Ah! Küche Regal Küche Auf der Kapitel Auf dem Gesicht haben manche ein Snit Wo? Na hier im Auge Andere wiederum machen ganz viele Snits in den Haaren Oder sogar im Ohr Neben solchen Snits gibt's dann noch den Mentalen Snit So hat man nicht viel Snit Aber so schon Die wohl beste und doch sinnlöseste Erklärung hat dieser Mensch verbrochen Ein Snit ist fast alles Aber vieles nicht Das war Deutsch Ja Leute und damit willkommen zu Alün Breitbild Edition Zusammen mit Eike Hallo Eike Welches Spiel führen wird Genau Weil er das Spiel schon mehrmals durchgespielt hat So Ungefähr 12, 13, 14 Mal Ach findest du? Naja gut Wenn man kein Internet an seinem Computer hat werden die Spiele leicht redundant Ja das ist ja auch umsonst Gut Dann sind wir jetzt ja auf der Suche nach Bier Okay Dann gucken wir uns mal Holger lassen wir in Ruhe Wir wollen nicht mit Holger reden? Nein nicht mit Holger reden Oh Keiner kann heute mal zuhause bleiben Okay dann nehmen wir halt die Lassen wir halt die Gespräche mit Holger Der Pflanze die eine Hommage Offensichtlich Hommage an Chuck Die Pflanze aus Lucas Assis Wenn du in den Flur gehst, hast du einen Minuspunkt. Dez schon einen Minuspunkt. Warum denn? Ach, wir mussten erst den Snit was suchen. Stimmt. Ziehen wir erstmal hier, wie war das nochmal? Ziehen wir das hier aus den Objekten? Da hängt irgendwas Schwarzes in meinem hochwertigen Ikea-Couch-Tisch. Jetzt macht das Buch mal auf. Der Titel lautet Schwarzes Buch der Inventardämonologie. Wecklicken, wecklicken, wecklicken. Wecklicken, wecklicken. Wecklicken, wecklicken. Aber was sollen die Leute Silber sehen? Du solltest es nur öffnen, du Blödbirne. Achso, sollen wir jetzt einfach einfach wegklicken? Okay, machen wir halt hier wieder so ein bisschen hier... Öffnen, öffnen. Wie öffnen? Öffne das Buch. Was macht man mit einem Buch? Man tippt es an, ne? Ah. Ein Zettel ist aus dem Buch gefallen. Es scheint sich hierbei um eine Beschwörung für ein Portal zu handeln. Das wird später noch wichtig. Na endlich. Na endlich, okay, jetzt haben wir das... Ich bin Backseat-Gamer und ich bin Speedrunner, was da spielen geht. Deswegen Speedrun, das Let's Play ist in fünf Folgen vorbei. Also, ran jetzt. Los, dich an. Ja, ja, Eike will jetzt hier Speedrun machen. Ja, will ich. Ab in das Nebenzimmer, da aus der Snit. Oh, mit dem Snit oder so? Hey, ich glaub, dahinter liegt etwas. Na nimm das doch. Ja, jetzt haben wir die Brieftasche. Und jetzt, okay, öffnen. Öffnen wir die Brieftasche? Hübsch. Obwohl, na gut, unsere Bilder von, äh, naja, Fotos sind auch nicht besser, Eike, oder? So, dann nehmen wir da mal die Dreitschere mit. Und die Farbe. Und ein bisschen Farbe. Kann man immer gut gebrauchen. Aktisch weiß. Schon fast leer. Ach ja, und dafür, dass man Sachen hier eine Stunde anklickt, kann man eine Stunde Punkte generieren. Was man für die Punkte bekommt. Die haben gar keine Auswirkungen. Die haben gar keine Auswirkungen. Das ist einfach nur, ähm, Punkte. Nichts, nur collectible. Nur collectible. Genau. Dann nimm den Posterfetzen. Den Posterfetzen, der an der Wand hängt. Okay, dann öffne, nimm die Karte. Auf der Rückseite stehen Zahlen und dreimal der Buchstabe Karte. Nur 461. Hm. Gut, Rücksklan, sehr gut. Und jetzt öffnen wir die Spargasse. Nutzen wir die Karte? Du hast schon wieder auf die Tastatur geguckt. Nein. Benutze doch mal die Karte. Nichts Besonderes zu sehen. Reinig die Spargasse. Könnte er auch Auszug Automaten benutzen. Okay, dann nutzen wir die Karte mit den Automaten. Mit den Kui sofort. Ja, das Spiel nimmt sich sehr viel ernst. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Mach keinen Scheiß. Ist bestimmt nicht wie Manic Mansion. Nein. Der Lorang ist nochmal so völlig abgebrannt. Richtig arm. Das hier ist übrigens der Lorang. Ja. Jeder Mensch sollte einen Lorang haben. Ja, du solltest mal Lorang benutzen. Wie heißt es? Anklicken. Ja, lustig. Den Lorang nehmen. Haha, schwul, poppen hier. Kannst mich mal. Ja, die haben sich ja Mühe gegeben. Die Leute mit denen. Nochmal. Nimm Lorang. Nimm Lorang. Dass es hier ein Gratis-Adventure ist. Ja, lustig. Den Lorang nehmen. Haha, schwul, poppen hier. Kannst mich mal. Ja, so richtig. Nochmal. Nochmal. Ja, Lorang. Ficken, alles. Ja, das ist genau mein Humor. Eike, nicht wahr? Okay, jetzt haben wir auch zitiert. Den Konjunktur ist kaputtgegangen. Geht abheben. Ja, benutzen wir denn die Karte mit den Automaten umdreiß zu stellen? Dass sie nicht funktioniert. Der Automat ist kaputtgegangen. Der Automat ist kaputtgegangen. Der erzählt mir irgendwas von... Bitte konjunkturen Sie einen Servicemitarbeiter. Ja, dann mach das doch. Warum synchronierst du das nach, Eike? Mach das doch. Es ist Sonntag, verdammt. Kennst du vielleicht jemanden, der das heute noch machen kann? Moment noch. Moment mal. Der Tim, ey. Der Tim, ey. Der kann doch so mal hier mit der Putscherei, ne? Ach, sei denn die Putscherei. Ich ruf den gleich mal an. Ja, guck mal an, ne? Dann benutzen wir mal den Funkknochen. Dann benutzen wir mal den Nokia-Funkknochen. Hä? Wo ist er sein? Ja, was gibt es? Ja, was gibt es? Tim, hier Kai. Sag mal. Du hast doch Ahnung von Technik und so. Ja, Technik ist ja auch so ein enggefasster Begriff. Ja, Technik ist ja auch so ein enggefasster Begriff. Ich hab von aller Technik ne Ahnung. Ne, ist klar. Ja, wirklich alle Technik. Wir stehen hier an einem kaputten Geldautomat. Der will irgendwie repariert werden. Meinst du, du kannst das? Oh, ich weiß nicht. Also du ein Notebook hättest vielleicht. Ein Notebook hast vielleicht. Notebook? Ja, pass mal auf. Also du besorgst jetzt hier ein Notebook. Sonst geht das hier gar nicht klar. So, mach das mal. Und dann kannst du mich wieder anrufen. Hm, wo kriegen wir jetzt ein Notebook her? Haben deine Eltern im Büro nicht eins? Ja, stimmt. Da könnten wir mal nachsehen. Dann holen wir einfach mal ein Notebook und machen dann den John Connor. Und dann nehmen wir einfach ein bisschen Geld ab. Hier noch nebenbei noch ein paar, äh, Informationen. Kennt ihr diesen Dungeon? Dann lass mal los. Äh, lass mal los, ne? Okay, dann ab. Genau. Hast du die Nummer gemerkt? Die Nummer, die auf den Prostatspflanzen drauf stand? Ja. Weiß nicht, 3366? Könnt ihr nochmal nachschauen. Auf der Rückseite stehen Zahlen. Oh, bist du ja mal ein bisschen von entfernt gewesen. Dann war es in der Aufnahme. Wir haben dieses Spiel ja schon mehrmals aufgenommen. Ja. Aber ich war viel zu schlecht gelaunt. Das Neueste aus der Welt der Videospiele. Ach wie? Als wenn du einen Unterschied machst. Du warst nicht gut gelaunt, deswegen hast du nicht alle bei jedem zweiten, ähm, Dialog noch mal nachkommentiert, ja? Oder überkommentiert. Das Älteste aus der Welt der Videospiele. Guck mal, das Spiegelbild von Luring funktioniert nicht. Er bückt sich gerade und der ist da noch im Rücken zu sehen. Ja gut, das kann mal passieren. Es ist abgeschlossen. Es ist aber jetzt meckern auf hohem Niveau. Geht schon nicht alles angucken. Wie denn jetzt? Das sollen wir jetzt einfach nicht alles offen lassen für die Leute, ja? Du bist, die ist, was da steht. Ja, da, wo, wen wir? Achtung mal, ist das hier an der Seite? Nicht so. Genau. Unnütziges Wissen. Okay, von den Leuten aus, der Macher. Ende der 90er haben wir mal ein Netzwerk gemacht. Laden, Party, äh, ist nicht noch jemand da ran? Und einer hat da einen 13 Zoll Röhrenmonitor. Wenn der auf entmagnetisiert drückte, zuckt bei allen die Bildschirme... Was ist das für ein Wort? Entmagnetisieren. Zuckt bei allen die Bildschirme. Das Ding hatte so fett gestrahlt, auf der haben wir bestimmt heute alle einen Seed-Schaden. Ja. Na, wir können ja sonst irgendwo anders hin, außer bei Ben. Also, geh zu Ben. Wir sollen zu Ben. Die Linderstraße ist komplett sinnlos, da brauchst du doch gar nicht hin. Aber warum sollen wir zu Ben gehen, wenn wir doch gar kein Bier haben? Du musst zu Ben. Dejan, hast du vergessen, wie man das Spiel löst? Doch. Hast du schon alles vergessen? Dann machen wir die Tür jetzt auf. Dann sollen wir das jetzt öffnen? Ja. Hast du die Nummer gemerkt? 0, 4... Oder war es 4? Ah, es gibt keine Null. Okay, dann war es 4. Oh, es gibt eine Null. Es gibt eine Null? Doch, okay, okay, Null. 4? Äh, was war die nächste? 3, 6? Tja. Tja. Nein, das war es nicht. Das war nicht die richtige Information. Ja, ich bin auch schon sehr, sehr alt. Auf der Rückseite stehen Zahlen. Okay, nah dran. Nicht mehr am Ansatz. 0, 4, 6, 1, okay. Ein Holzlatten-Tor. Ein Zahlenschloss, welches dieses Holztor geschlossen hat. Das klappt so nicht. Nein, du sollst das Zahlenschloss, nicht den Baum. 0, 4, 6, 6. Hä? Du bist so ein... Ich erlappe, Alter. Alter. Auf der Rückseite stehen Zahlen. 6, 1, Mann! Alter, du bist so doof, ey. Ja, ich weiß. Das ist natürlich nur Taktik-Icon, um das letztendlich lustig zu machen. Nein, das ist Drachendord-Style. Ach, Drachendord-Style. Yo, jetzt ist es offen. Yo! Der Unterschied ist, du hast keine Hater. Ich bin ein Hater. Ein Stapel hiesiger Tageszeitungen. Nimm die Zeitung. Ja. Kann man übergebrauchen. Jetzt guck dir die Zeitung an. Was steht denn in der Zeitung? Im Lesen ist jetzt keine Zeit. Erstmal Geld an die Sonne und zur Tanke. Das ist wichtiger, aber erstmal... Ich stecke den Kontoauszug und stecke ihn in die Kacke. Stecken wir in die Kacke auf. Ja, den Kontoauszug in die Kacke. Ja. Aber ich will nicht. Doch, du musst. Oh, ja. Was denn? Was denn? Steck mal den Kontoauszug da rein. Warum? Kontoauszug in die Kacke? Ja. Den Kontoauszug in die Kacke. Aber ich will nicht. Doch. Du musst. Du musst. Ich hab draufgekickt, also tu es. Siehst du, war doch gar nicht so schwer, oder? Ja, ein bisschen eklig war es schon. Ähm. So. Hoffentlich passiert auch was. Whoa. Whoa. Oh, Scientil Effect. Kudaranai. Und wie soll man jetzt bitte darauf kommen, Eike? Erklär das jetzt mal. Was? Ein Häufchen magisches Zugangspulver. Wie kann er? Nimm's mit. Wie kann er aus? Auf einen Kontoauszug und Hundekacke magisches Pulver hängen? Hey, Loren. Warte, den. Heb das mal auf. Heb das mal auf. Hm. Oh, was, wenn das so scheiße in Pulverform ist? Heb auf jetzt. Heb auf jetzt. Ja, ist ja gut. Hm. Ist relativ einfach zu lösen, seht schon. Ja. Wenn du die Zeitungs-, die, die Beschwörungszauberseite gelesen hast. Genau, da steht es drauf. Echt. Wolltest du die Leute nochmal zeigen? Es scheint sich hierbei um eine Beschwörung für ein Portal zu halten. Lies vor, was da oben steht. Meinst du die Überschrift? Hört zum Fundament der... Nein, nicht das andere. Den Text, du Spack. Ja, den Rest kann man ja auch schnell lesen. Vor allem das da. Ähm. Lies vor. Zugang soll denen gewährt werden, wer ein Armutszeugnis kombiniert mit den Exkrementen einer wilden Bessie und am Ort des verlorenen Wertgutes die Worte spricht. Sadem nadem niekön balikatöl. Hä? Easy. Easy. Jetzt macht die Tür auf. Wer kennt es nicht? So. Benutzt Loring jetzt mit der Kiste. Vielleicht machen die Leute sowas mit Griff als so in ihrer Freizeit. Loring, schau mal, was so in der Kiste drin ist. Ja, gut. Okay. Ich hab ne Brechstange gefunden. Die stinkt. Nimm das Rohr da hinten mit. Was die Leute wohl mit dieser Brechstange alles gemacht haben. Nimm das Rohr da mit. Ja. Ja, Loring, ficken, alles. Das hab ich jetzt natürlich nur das Witzes gemacht. Klick mit der linken Maus auf Loring. Das ist der Loring. Klicken. Als Werkzeug, verdammt nützlich, als Mensch, absolut unbrauchbar. Rechts. Das war der Rechte. Rechts ist da, wo der Daumen links ist. So. Er muss erstmal der Loring da weggehen, damit ich die Stange aufhegen kann. Klicken auf der linken Maustaste auf ihn. Der linken ist nicht. Das ist so zum Laufen. Ganz viel klicken. Ganz viel klicken. Ich würd mich, würd mich doch nicht, um ihn so ein schmäriges Ding zu nutzen. Auf Loring links. Links. Ja, jetzt hast du es geschafft. Nochmal. Ah, wir können ihn quasi piepen. Gut, aber den Kiosk, den Kiosk, was konkret krassen Kiosk, da kommen wir nicht ran. Konkret krasse Kiosk. Genau, an den kommen wir nicht ran, ist ja eh geschlossen. Tut mir leid, ich kann keine Ahnung. Und die Bild muss natürlich auch noch da sein. Sollen wir die nochmal als Ben klingeln? Jetzt kannst du gehen. Nicht mal Ben nochmal klingeln? Nein. Nein. Alles sollen die Leute selber entdecken. Wir machen nur reines Gameplay, reine Lösung. Also wir kümmern uns nur um die Sachen, die man wählen muss, ja. Alles nebenbei. Ab zu Ben, ab zu euch wieder. Nein, falsch, steht falsch. Ich weiß. Ist ja auch nicht schwer zu erkennen, wo wir hin müssen. Dann schließlich ist da auch noch das große Bild von Wolfgang drauf. Bewegt dich schneller, dich schon. Ach komm. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir haben jetzt, ähm... Pulver. Pulver. Ach, das Pulver soll einsetzen in unsere Wohnung, stimmt. So, und erst mal hast du das Rohr an den Seitenschneider dran. Genau. Nutzen wir das Rohr mit dem Seitenschneider. Ein verstärkter Seitenschneider mit mehr Power. Und alle, die in den 90er-Bonnern wissen, sind wir auf die Anspielung angespielt. Richtig. Auf eine schrecklich ditte Familie. Genau. Wer jetzt in die Kommentare schreibt an, bist du doof, das war doch beabsichtigt. Er ist leer. Natürlich ist das beabsichtigt. So, dann nutzen wir jetzt das Pulver, um, äh, den Weg zur... den Ort zu finden, wo, äh, Sachen hingehen, die freiweise verschwinden. So, dann wollen wir das Pulver mal reinstreuen. Wie Kugelschreiber. Adem, adem, niekön, baliköktö. Er hätte ihn's. Er hätte es verhusten müssen. Klatonirata. Da geht nicht wirklich viel gerade so, ne? Woa. Schon wieder Seite. Ja, Effekte. Falsch. Nicht alles, was gruselig ist, ist Silent Hill, die John. Wow, das war geil. Jetzt muss nur noch einer von uns da rein. Ja, einer von uns. A.K.A. Loring, oder? Gib's doch zu. Ja, warum nicht? Denn der Loring ist, ähm, vielseitig einsetzbar. Du nutzt Loring mit Partei. Loring, ich erklär dir jetzt mal was. Siehst du den Angstschweiß auf meiner Stirn? Der kommt, wenn du sowas sagst. Ja, ja, kriegst gleich ein Taschentuch. Jetzt hör mal zu. Du gehst jetzt da rein und bringst mit, was du in die Flossen bekommst, okay? Und warum gehst du nicht einfach? Du weißt doch auch, wie der aussieht. Eine lange Diskussion später. Tja, was der Schattenmacher heute sonst so macht. Ich möchte doch nicht. Zu spät. Ränder. Für Bier und Vaterland. Steckst du ja eh schon mit den Füßen drin. Copyright, Copyright. DMCA, 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 DMCA. Heute wurde ich bei Donnie Darko rausgeschnitten bei der ersten Fassung. Wow, das war mal ein ordentlicher Trip. Das Pulver zieht echt mal voll runter. Und wann das hier heiß ist. Das hat die Hölle halt so an sich. Gut, Leute. Dann sehen wir uns erst in der nächsten Folge von... Allü! Gehen wir erst mal zu dem Ding. Gehen wir erst mal da hin. Genau, gehen wir erst zum Counter in der Welt von Planescape Torment. Ah, Evil Fundament, äh, Fundament, Fundament, Form Hell. Gut, Leute. Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dann!